Herzlich Willkommen hier beim WeLoveMMA-Podcast, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder natürlich auch eine Bewertung bei iTunes oder natürlich auch ein Follow bei Spotify, ihr kennt das Ganze ja. Heute komme ich mit dem Lineup für UFC 262, denn ihr habt im Titel gelesen, Nate Diaz bekommt ein Co-Main-Event-Spot und das Überraschende dabei ist, dass Nate Diaz nicht nur das Co-Main-Event bekommt, sondern es ebenfalls ein 5-Runden-Fight wird. Es gab in der UFC noch nie einen Non-Title-Fight im Co-Main-Event, der 5 Runden ging, das waren immer nur 3 Runden oder eben ein Titelkampf, waren 5, aber kein Non-Title-Fight im Co-Main-Event, der über 3 Runden geht. Nate Diaz vs. Leon Edwards wird diese Lanze nun brechen und wird das allererste Mal 5 Runden im Co-Main-Event sein. Im Main-Event sehen wir Charles Oliveira gegen Michael Chandler, es geht um den UFC-Lightweight-Gürtel, dann haben wir ebenfalls in der Main-Cut Tony Ferguson vs. Benil Darius, wir haben Jacare Sosa gegen Andre Munez und Shane Burgos vs. Edson Barbosa und Jack Hermerson gegen Edmund Chabazian. Das sind alles wirklich krachende Fights und ich freue mich auch hier auf das Comeback von Nate Diaz, jetzt ist es bald 2 Jahre her oder 1,5 Jahre her, dass Nate Diaz das letzte Mal gekämpft hat. Damals kämpfte er gegen Jorge Masvidal um den BMF Belt, den konnte er nicht gewinnen, weil wegen dem Cut dieser Kampf abgebrochen worden ist. Das Co-Main-Event gegen Leon Edwards, ein spannender Fight. Habe ich persönlich nicht damit gerechnet, ich habe das absolut gar nicht kommen sehen und ich finde es auch spannend, dass darüber keine Infos im Vorfeld geleakt worden sind, denn meistens werden die Dinge geleakt. Conor gegen Paul Ray 3 wusste man Bescheid, auch bei Conor gegen Paul Ray 2, bei Conor gegen Khabib, man wusste sehr oft Bescheid. Man wusste aber nicht bei Oliveira gegen Chandler Bescheid und man wusste auch nicht bei Diaz gegen Edwards Bescheid. Überraschend. Normalerweise, wie gesagt, kommt das Ganze im Vorfeld bereits raus. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie dieser Fight aussehen wird, ich freue mich drauf. Leon Edwards, die Nummer 3, Nate Diaz unranked in der UFC, aber hier kann er sein Ticket in die Top 5 vielleicht sogar einlösen. Das war es mit der Episode, freut ihr euch auf UFC 262 oder nicht? Das Ganze gibt es, wie gesagt, am 15. Mai mit dem Titelfight und dem Non-Titelfight im Co-Main. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, ich bin auf eure Meinung gespannt, bis zum nächsten Mal, ciao! Bis zum nächsten Mal, ciao!